Hallo und willkommen beim Videobeitrag der Videoreihe Lehrvideos aus dem Budozentrum Hamburg. In diesem Lehrvideo sehen wir die Kata Heian Godan, welche die fünfte Kata des Heian beschreibt. Die Kata Heian Godan setzt sich aus nicht veränderbaren Bewegungsabläufen zusammen, welche ein fester Bestandteil des Shotokan Karate sowie des Prüfungsprogramms zum blauen Gürtel ist. Die Übungen innerhalb des Lehrvideos werden dir von dem Budozentrum Hamburg Karatetrainer Bernd Facklam vorgestellt. Bernd Facklam ist ebenfalls Spatenleiter für Karate innerhalb des Budozentrum Hamburgs und Inhaber des dritten Dahn in Karate. Die im Video gezeigten Bewegungsabläufe werden dir langsam vorgezeigt, damit du diese uneingeschränkt und genau studieren sowie auch in Ruhe nachahmen kannst. Achte zu jeder Zeit auf deine Körperspannung, Bein- sowie Körperstellung. Die Geschwindigkeit der Ausführung wird sich mit dem Fortschreiten des Videos langsam erhöhen. Mach dich bereit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, zwölf, 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 zwölf. Endposition. Wir schauen uns nun nach diesem flüssigen Durchgang der Katahean-Godan die einzelnen Bewegungsabläufe im Detail an. Das Video wird für wenige Sekunden bei jeder abgeschlossenen Bewegung stoppen, damit du dich selber vergewissern kannst, ob du den gezeigten Schritt richtig nachgeahmt hast und nach wie vor stets sicher stehst. Mach dich bereit. Es geht los in 3, 2, 1. 1, Ichi. 2, Ni. 3, San. 4, Chi. 5, Go. 6, Roku. 7, Shichi. 8, Hachi. 9, Kyu. 10, Ju. 11, Juichi. 12, Ju-Ni. 13, Ju-San. 14, Ju-Yon. 15, Ju-Go. 16, Ju-Roku. 17, Ju-Nana. 18, Ju-Hachi. 19, Ju-Q. 20, Ni-Ju. 21, Ni-Ju-Ichi. 22, Ni-Ju-Ni. Endposition. Überprüfe dich stets selber, ob alle ausgeführten Bewegungen, welche im Lehrvideo gezeigt wurden, mit ausreichend Körperspannung und Festbestand ausgeführt wurden. Wir schauen uns nun den Ablauf der Katahean Godan erneut an, jedoch mit voller Geschwindigkeit und ohne Aufzählung der Schritte. Mach dich bereit. Es geht los in 3, 2, 1. sur Barbara Körperspannungen. 14, U- française martin. 15, Ju-Nan des Parowy Corpsen. 14, U-Nas. 14, V struck un semimpun sotto tychchemicals. 19, Ju-Nan des Parowy Cur 10, Ju-Nan des Parowy,用ектор loser. 15, Ju-Nan des Paräupassens ou 식astris trends. 15, Ju-Nan des Parıyorsun bei says Christopher Kane, 20, Ju-Nan des Parochais. 15, Ju-Nan des Par verwandest. 15, Ju-Nan des Par thứ qui parece motoren. Wir sind nun am Ende des Lehrvideos Kata Heyangodan angekommen. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen und du konntest sich in puncto Ausführung und Stabilität verbessern bzw. deine Erfahrungen und Kenntnisse festigen. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik an diesem Format. Falls du Fragen rund um das Thema Kampfsport haben solltest, kontaktiere uns gerne per Mail oder innerhalb der sozialen Medien, in denen das Budozentrum Hamburg vertreten ist. Bis zum nächsten Mal, das Budozentrum Hamburg.